Hallo, liebe Deutschlernende! Ich habe eine sehr wichtige Ansage. Es gibt tolle Neuigkeiten. Ich habe jetzt eine neue E-Mail-Serie für dich. Ich schreibe dir täglich E-Mails mit Tipps, wie du besser Deutsch lernen kannst und du lernst dadurch auch, besser auf Deutsch zu schreiben. Um zu lernen, wie man Deutsch schreibt, muss man viel Deutsch lesen und deswegen habe ich diese E-Mail-Liste für dich gemacht. Deswegen schreibe ich für dich E-Mails und ich denke gerade, wenn du diese Videos schaust, dann wirst du auch von den E-Mails sehr profitieren. Es ist ein anderes Medium und durch dieses andere Medium sind andere Dinge möglich, die in einem Video zum Beispiel nicht möglich sind. Du bekommst auch die Möglichkeit, besser mit mir zu kommunizieren oder auf eine andere Art mit mir zu kommunizieren. Du kannst dann zum Beispiel auf eine E-Mail antworten und einen Kommentar hinterlassen oder auch eine Frage stellen oder so. Okay? Also, gehe jetzt auf folgende Webseite. AuthenticGermanLearning.com Besuche jetzt diese Seite, klicke auf die grüne Schaltfläche, gib deinen Namen ein, gib deine E-Mail-Adresse ein und klicke auf los geht's und glaube ich und dann bist du in der E-Mail-Liste. Du bestätigst dann noch deine E-Mail. Schau auch in den Junk Ordner. Ja, vielleicht ist die E-Mail im Junk Ordner gelandet. Ja, das passiert manchmal. Und bestätige deine E-Mail. Wenn es nicht funktioniert, kannst du nochmal einfach probieren. Ja, und wie gesagt, manchmal kommt die E-Mail in den Junk Ordner und füge meine E-Mail-Adresse info at AuthenticGermanLearning.com. Ja, füge diese E-Mail deinen sicheren Empfängern zu. Ja, also sag deinem E-Mail-System, wenn du das kannst, dass meine E-Mail-Adresse eine gute E-Mail-Adresse ist, sodass meine E-Mails immer in den richtigen Ordner kommen, sodass du die E-Mails auch lesen kannst. Okay? Und ich denke, diese E-Mails werden dir sehr helfen. Ja, ich teile sehr viele Deutschlern-Tipps in diesen E-Mails und das ist etwas, was du nicht verpassen möchtest. Okay? Das ist jetzt für dich erhältlich. AuthenticGermanLearning.com-free. Ja? AuthenticGermanLearning.com-free. Okay? Vielen Dank! Tu dies jetzt! Schreibe dich jetzt ein und wenn nicht, dann wäre ich doch sehr enttäuscht. Okay? Sei bitte so gut und tu dies und es wird dir echt sehr helfen. Okay? So, ich freue mich für dich. Ja, ich freue mich für dich, dass du jetzt auch mehr andere Dinge lernen kannst. Ja? Durch dieses andere Medium. Okay? Also schreibe dich jetzt ein. AuthenticGermanLearning.com-free. Bis dann! Tschüss! ... ...